Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7177 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren, dass wir den Großauftrag erhalten haben. Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfuhren, dass wir den Großauftrag erhalten haben. Suche dir einen Lesepartner, mit dem du dich über deine Bücher austauschen kannst. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Ich habe keine Ahnung von Technik. Die Reparatur überlasse ich den Profis. Die Menschen lieben es, Delfine zu beobachten und mit ihnen zu schwimmen. Endlich habe ich einen Parkplatz gefunden. Ich suche gerade ein Restaurant in der Nähe. Kreativ zu sein bedeutet, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken. Kreativ zu sein bedeutet, originell, fantasievoll und schöpferisch zu denken. Wir reiten gleich zusammen aus. Wir reiten gleich zusammen aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020